Ja, wir sind hier wieder zurück. Wir stehen hier jetzt direkt vor einer Assassin-Mission. Die können wir natürlich auch noch mitnehmen, können wir uns ein bisschen Geld dazu verdienen. Schon wieder sollten wir uns nicht in Kämpfe überwickeln lassen und ja. Ein wahnhafter Sklavenhändler wurde im Herzen der Stadt bei der Ausübung eines seines widerwärtigen Geschäfts gesehen. Er muss sterben. Ja, immer dieses Sklavenhändler. Gucken wir mal, wo wir den aufhalten können. Und mal sehen, wenn wir James Gid oder Mary hieß hier irgendwie. Reed oder sowas war es, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht vergessen habe. Aber ich denke, das hat... Wo ist da der Kurier? Ach, da. Vielleicht kriege ich den ja auch noch kurz. Hey, komm schon, Kurier! Du kannst mich mal... Als würde ich dich nicht kriegen. Hallo, was machst du? Hä? WTF? Was für ein Bug. Ich brauche Geld. Was für ein Bug ist? Der ist es. Ein Mörder. Ein Pirat! Ah! Sieh, das ist geflohen, weil ich mich verarschen. Da ist er ja. Bitte, Master Kenway! Bitte nicht! Geh mir nicht! Los! Jawohl! Fragment erfolgreich gefangen. Und was macht der hier eigentlich? Das sollte doch gar nicht so sein. Ja. Dann gehts jetzt eben wieder weiter. Bin gespannt, ob wir da wieder auf James Kidd treffen. Ich nenne jetzt weiter einfach James Kidd. Weil es sollte ja sowieso nicht zur Gewohnheit werden, dass wir ihn jetzt mit seinem mit ihrem Frauennamen nennen halt. Nicht, dass es da noch auffällt. Also... Es geht wieder zur Jackdaw. Wir dürfen nicht im Boot sein. Was ist das? Okay. Gehen wir zu Port... nach Port Real. War das jetzt etwa falsch? Wohin müssen wir? Wohin müssen wir im Mensch sagen. Oh, wir müssen nach Nassau. Machen wir doch glatt ne schnelle Reise. Wieder zurück in Nassau. Mal sehen, ob wir... den Weißen überhaupt nochmal kriegen. noch einen? Nen rumflipp diesmal. Und wo soll ich bitte frische Eier in diesem Loch finden? Hier gibt es kaum mehr als Pisse und Insekten. Ei, wir arbeiten dran. Hm, werte Lady gesagt. Wie nennt man euch? Ähm, wenn sie nüchtern sind. Und später Kanarie. Doch niemals Lady. Nun, gültigste Ärmer. Ich... Scheiße. Ein Eimer Scheiße. Habt ihr mich gehört? Ein Eimer beschissene Scheiße. Das ist ein Trick, um uns einzuwickeln, bevor sie Nassau angreifen. Ihr werdet sehen, merkt's euch. Das ist kein Trick, Wayne. Ich habe es direkt aus dem Mund dieses Bermuda-Hauptmanns. Es gibt ein Generalpardon für alle Piraten, die sich stellen. Trick oder nicht, es ist wohl klar, dass die Briten nach Nassau zurückkehren. Und nicht ohne Waffen. Wir brauchen einen Plan. Komm mit uns, can we? Da braut sich was zusammen. Sind hier natürlich Gunn dabei. Jetzt Leute, weib mich doch auch mal richtig ein. Mit der Verwanglung einer guten Idee tauchen wir besser ab. Keine Kaperfahrt und keine Gewalt. Tut nichts, was dem König Sauer aufstoßen könnte. Das Sodbrennen des Königs. Nicht der geringsten, Ben. Wird es aber, wenn er seine Truppen schickt, um die Reste von uns von dieser Insel zu tilgen? Sieh dich um, Mann. Willst du für diese Sickergrube sterben? Ei! Es ist unsere Republik. Unsere Idee. Ein freies Land für freie Männer. Vergessen? Es mag ein schmuddeliger Anblick sein. Aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Denn wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit, Paulheit, Dummheit. Irgendwas... Es gibt kein bisschen Unterschied zwischen hier und London. Oder? Fetch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand betrachtet, geht es uns doch gar nicht so schlecht. Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Ei! Nassau mag aus der Ferne gut aussehen. Doch an seinem Kern nackt Krankheit, die ich nicht ertrage. Krankheit kann geheilt werden, Ben. Wenn man nur die richtige Medizin hat. Aber Tote kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube nicht, welcher Mist da über deine Lippen kommt. Dann nimm das Pardon noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beides erreichen. In der gemeinsamen Furt. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft. Aber ohne die Briten auf den Plan zu rufen. Was wollen die Briten auf dieser Insel eigentlich, wenn sie sowieso schon voller Krankheiten ist? Kein Ort, den ich aufsuchen möchte. Die spanische Flotte, die vor zwei Jahren sank, hatte Medizin an Bord. Alles versiegelt in Glas am Pult. Du brauchtest eine Tauchglocke, um so tief zu tauchen. Ei, und mit etwas Geld und Vorräten kann eine Tauchglocke nicht schwer zu beschaffen sein. Diesen Plan kann ich unterstützen. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Fetch. Einverstanden, Ei. Ich treffe euch bei den Wracks, sobald du bereit bist, Canway. Denk daran, Fetch. Lass die Kanonen verkorken. Pass auf, Ben! Nein! Ja, jetzt kommen die Tauchglocken wahrscheinlich wirklich mal zum Einsatz. Das ist ja... Haben wir ja schon mal gesehen, dass wir die uns schon... Konnten uns die schon leisten? Ich weiß gar nicht. Eine Tauchglocke kaufen. Ich glaub, das könnten wir hier. Soviel ich das weiß. Oder können wir uns hier andere Sachen kaufen? Ups. Sieht aus wie ein Fischernetz. Das heißt, wir werden hier auch nicht tauchen, bevor wir kaufen können. Aber... Wir gucken jetzt erstmal... Fracht können wir sogar kaufen. Ähm... Monturen, bringt die uns vielleicht ein bisschen mehr... Ne, die bringt jetzt glaub ich kein Verteidigen oder ähnliches. Ja, dann ist es natürlich ein bisschen... Sinnlos. Alter, ihr. So, er ist halt natürlich auch Stil. Aber es passt hier irgendwie nicht so dazu, finde ich. Pichels, was gibt's denn hier noch? Wir haben... 1-1-3. Nehmen wir einfach die teuerste, würd ich mal sagen. Kanonen-Nautpistolen. Auch wenn wir danach vielleicht noch Geld für die... Anderen brauchen. Wir brauchen... Und jetzt brauchen wir wirklich noch Geld. Aber es ist kein Problem. Dann machen wir einfach eine Assassin-Auftrag... Und haben das ganze schon. Aber wir können erstmal hier vielleicht... Diesen Aussichtspunkt machen, dann schalten wir vielleicht auch... Da ist es ihren Auftrag direkt frei. Und? Kommen wir da so einfach hin? Ah, da ist sogar noch eine Truhe. Ach, da kommen wir nicht hoch. Aber wie denn dann? Natürlich hier. Ach. Komm schon. Dann gehen wir ein bisschen mehr an. Achso, in diesem Gestrüpp dürften wir uns noch hochhangeln können. Aber anscheinend nicht. Aber irgendwie werden wir das wohl hier noch schaffen. Das sieht doch ziemlich gut aus zum... Hochklettern aber dann eben nicht. Wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Ja, hätten wir uns die Pistolen nicht direkt gekauft, dann würden wir uns die Glocke locker leisten können. Ah, aber okay. Dann zögert sich das halt ein bisschen heraus. Aber die Pistole ist bestimmt auch nicht schlecht von dem her. Passt das schon? Jetzt nehmen wir gleich alles mit, was wir können. Auch die Acht real. Egal, wow. Und ganz hoch. Was kriegen wir von dem noch? 15 Real. Aber... Den Aussichtspunkt nehmen wir natürlich direkt mit. Ja, kein Assassinenauftrag. Schade eigentlich. Hm. Wo sind die Drohnen? Unter uns. Irgendwie hier sehr wenig Gegenwehr. Da ist noch eine Truhe. Es reicht aber trotzdem nicht. Und wo soll diese Truhe sein? Da muss aber irgendwo auch eine Mauer da sein. Also müssen wir eigentlich doch hoch. Hm. Irgendwie haben wir nichts. Na ja, gucken wir mal, was wir noch zu tun haben. Hier ist noch eine Schatzkarte wahrscheinlich. Na, wie wir das Geld haben. Das sehen wir dann einfach im nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Diese Frage. Ich bin. limitiert. Discורה. Wahüter.